Eine gute Gesellschaft ist für mich eine, in der es egal ist, woher man kommt und wer man ist, in der alle ihren Lebenstraum verwirklichen können, so leben können, wie sie wollen. Und im Idealfall ist eine gute Gesellschaft auch eine, wo Leute nicht nur auf sich gucken, sondern auch füreinander einstehen. Zentrale Themen sind aus meiner Sicht, dass es keine Benachteiligung geben darf und keine Diskriminierung, dass es gute Arbeit und gute Ausbildungsbedingungen für alle gibt und dass wir eine offene, tolerante Gesellschaft haben, wo es egal ist, ob man in Deutschland geboren ist oder woanders. Für eine gute Gesellschaft einzustehen, ist die Kernaufgabe der Sozialdemokratie. Und da müssen wir alle gemeinsam daran arbeiten, dass es noch ein gutes Stück nach vorne geht. Das Projekt bringt ganz viele unterschiedliche Akteure an einen Tisch, die sich gemeinsam darüber austauschen, wie auch die Sozialdemokratie einen Beitrag für eine gute Gesellschaft leisten kann. Und das finde ich ziemlich toll und ziemlich innovativ, auch mit welchen Debattenformaten dort diskutiert wird.